In diesem Film lernen Sie zwei Möglichkeiten kennen, um Bilder einzurahmen. Die erste davon ist manuell, die zweite automatisch. Doppelklicken Sie die Grafik, um die Bildtools einzublenden, und klicken Sie auf Grafikrahmen. Jetzt wählen Sie die Eigenschaften des Rahmens. Leider können Sie nicht alle Formate in einem Durchgang zuweisen, sondern müssen immer wieder über die Liste Grafikrahmen zurück zur Auswahl. Wenn Ihnen diese Klickerei zu umständlich oder eine farbige Linie um das Bild nicht schmissig genug ist, greifen Sie zu den Bildformatvorlagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017